so hat sich willkommen heute ein kleines ankündigungsvideo von mike und mir ich sollte was sagen weiß ich nicht habe ich mir dann auch überlegt bisschen komisch ja das aber ist aber so kommt irgendwie glaube ich besser wie wenn ich so sagt so hallo und herzlich willkommen zum ankündigungsvideo ist auch dabei oder lass uns das mal eben kurz überlegen ja und zwar gibt es wieder einen fetten livestream am freitag den 8 fünften also in zwei tagen abends uhrzeit wird circa 19 30 bis 20 uhr werden wir rein starten und wir nehmen gerade ein kurzes vorstellungsvideo auf so hallo das geräusch macht durch dieses komische fisch reinschneiden wie es durch das ding und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem kurzen vorstellungsvideo und zwar alles war das geräusch zum teufel was habe ich gesagt und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem kurzen ankündigungsvideo ja und zwar geht es um einen vierten livestream am freitag den 8 fünften circa 19 und 30 bis 20 uhr werden wir rein starten hauptsächlich für das cs go geben wir haben planen ein großes case opening wie ihr schon seht wir haben einige schlüssel am start also plan um die 50 kisten zu öffnen beim letzten mal ja wieder mal ja beim letzten mal habe ich ja einigermaßen reingelackt und ich will jetzt einfach mal ein klick ein bisschen forsen und ich hoffe dass wir da wieder richtig rein lacken mike ist ja auch mal wieder fertig ein knife zu ziehen ja so langsam könnte ich auch noch mal das weitere wird es ein trade-up geben der ungefähr für mich 100 euro gekostet hat knapp zwar mit der desert eagle conspiracy da will ich die cyrex star trek rausbekommen mike wird mit sicherheit auch ein trade-up machen ich weiß nicht bist du schon sicher was du machst oder in welche richtung es geht also wahrscheinlich in richtung star trek ak noch mal oder vielleicht star trek awp sowas mit der awp warm gott bist du ja nicht ganz so zufrieden ich wirklich nein okay aber es ist auf jeden fall einiges geplant werden mit sicherheit auch matchmaking datteln einige cases öffnen das wird ja auch schon alleine eine weile brauchen und zum kleinen aufwärm mache ich hier schon meine operation phoenix ist jetzt auf und ich hoffe wir sehen uns am freitag den twitch kanal werde ich hier gleich einblenden beziehungsweise in der video beschreibung könnt ihr schon mal verloren hier ich habe schon mal eine sandstorm bekommen zum aufwärmen das was am freitag kommt ja und dann hoffen wir dass ihr dabei seid gibt den video daumen hoch wenn ihr bock drauf habt schreibt in die kommentare was sie noch sehen wollte oder so wir waren auch eventuell ein gvw machen wenn wir irgendwie was gescheites rausbekommen beziehungsweise bis dahin was handelbar haben wird es mit sicherheit ein gvw geben und ansonsten bis zum freitag haut rein hast du das drauf ja